Ähm, ja, ich bin ready. Bist du auch ready? I'm ready. Okay, ich versuch mal, ob das klappt mit dem... Mit dem Gamepad. Yeah! Du hast dich auch nicht umbenannt lieber, ne? Äh... Player. Das wäre ja zu einfach gewesen. Du bist ja ein Player. Oh, ich kann gar nicht schießen. Oh, ist ein bisschen laggy, glaube ich. Ja. Oh, das ist aber laggy. Oh, okay, bei mir nicht. Kommen wir so vor? Doch. Der schießt gar nicht, wenn ich drücke. Ach, weißt du was? Das liegt bei mir noch auf Z. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Okay, ähm... Ja, okay, alles klar. Ja, cool. Ja, okay, ja. Wollen wir nochmal starten? Nee, absolut nicht. Das ist eh egal. Wieso? Nee, vielleicht tot? Nee, alles egal. Ich habe 135 Leben. Ich werde nicht so schnell sterben. Ich hole mir hier mal die Kiste, ja? Ich weiß nicht, ob das für uns beide gilt. Huch! Okay. Ich habe einen Teddy. Ja, ich habe es gesehen. Hast du auch einen Teddy? Nee. Oder gilt das jetzt nur für einen? Der gilt wohl nur für dich. Ach so, okay. Wow! Aber ich habe dafür unser Geld ausgegeben. Ach, das Geld gilt für uns beide? Ja, ich habe das jetzt für uns beide ausgegeben. What the... Okay. Ah, okay. Aha. Cool, okay. Alles klar. So, und wir müssen jetzt diesen... ...vermalen Daten-Teleporter irgendwo finden. Ah, warte mal. Ja, ich warte. Ich muss mal kurz herausfinden, wie ich mein... Ah, ist das erste Symbol für meinen Standardschuss dann? Ja, genau. Das linke ist für den Standardschuss. Ah, okay. Und dann geht das genauso weiter auf deiner Tastatur, wie es da angeordnet ist, genau. Au. Naaah! Wir sind so gut. Oh, wir haben wieder Geld. Ähm... Oh, ich habe irgendwas hier jetzt. Der hat irgendwas gedroppt. Ein Buch. Monster Lock Lemurian. Was? Naaah, ich habe unser Geld ausgegeben. Und was hast du geholt? Double Damage? Ah, das ist gut. Ich habe keine Ahnung. Die sind gut. Du hast diese Brille, ne? Genau, die Brille. Ja, die ist cool. Ah, der Soundtrack ist so geil. Das stimmt. Der ist ziemlich gut. Total cool, wenn man ganz rechts, also V drückt sozusagen, den ganz rechts benutzt, ähm... Dann schießt der, wenn Links- und Rechtsgegner sind, auch in beide Richtungen abwechselnd. Sieht ganz witzig aus. Ah, da oben ist noch eine Truhe. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen mit zwei... Ja, du machst das schon, ne? Ja, 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 das war voll gut. Ich war absolut erfolgreich. Ich habe einen Monster Tooth aufgesammelt. Er heilt nach Töten. Oh, verdammt. Oh! Geh doch weg, du Dings. Komisches Schnappro Dings. Alter! Da kommen noch ein paar von der anderen Seite. Ah, ja. Ich habe die mal eingeladen. Ich bin weg, ich gehe mal hier hin. Noch so ein Zahn. Die Effekte stacken sich auch. Also, wenn man Sachen zweimal einsammelt, dann kriegt man da auch doppelt so viel... Ja, ich habe bis jetzt eine Brille. Genau, das macht die Double Damage-Brille. Na siehst du, da habe ich zwei Sachen in einem. Double Damage. Äh, äh, äh. Äh, äh. Okay, cool. Aber ich glaube, wir müssen noch... Alter, was ist denn hier unten los? Ich gehe da nicht hin. Ähm. Okay, wir müssen, glaube ich, einfach nach links nochmal gucken, ob da irgendwo dieser... Jo, genau. Jo. Teleporter ist. Au. Verdammt. Ähm, was ist da ein gutes Level, dass man weitergeht? Was ist da eine Idee? Wie, was ist was? Oh, ich habe irgendwas beigeschaltet. Man kann ja praktisch, ähm, selbst bestimmen, wann man weitergeht. So. Ja. Was, was ist denn da ein gutes Level? Bis man noch nicht tot ist, denke ich mal. Also so schnell wie es geht. So schnell wie es geht und am besten mit den meisten Power-Ups, die man dann sammeln kann. Also wir sind jetzt ja quasi schon fast auf der nächsten Stufe. Also ich bin jetzt, warte mal, ich bin Stufe 4. Achso, das Level meinst du? Und ein Item habe ich, genau. Okay. Ich meine, äh, oben rechts, die Difficulty, die geht jetzt ja weiter hoch gleich. Mhm. In 30 Sekunden ist sie auf easy wahrscheinlich. Von den Items her... Gibt es jetzt gar nicht so eine Begrenzung irgendwie, denke ich mal. Aber vielleicht ein Richtwert, sowas... Bevor du vier Items hast, solltest du es gar nicht erst versuchen oder so? Ja, das Problem ist ja, dass du manchmal die Items nicht kriegst, weil die Gegner nicht kommen und du dann da irgendwie, ähm... Warte, lass mich mal was aufsammeln hier. Ja, dann mach hier. Warte, warte, warte. Musst du irgendwie mit G benutzen, glaube ich. Oh, okay. Summonst du ja auch für every enemy in the screen. Kannst du es mit G summon jetzt? Ähm, ich habe auf... Oh, ein roter. Ein roter. Ich habe tatsächlich gerade aufs Gamepad gewechselt. Oder ich habe... Ja, dann drück doch mal G. Da oben ist der Teleporter. Ich habe ja gar keine G-Taste auf meinem Gamepad. Aber ich habe... Warte mal, ähm... Wollen wir den aktivieren einfach? Ich mach den mal. Da, ist an. Ja, das ist gut. Bleib am Leben. Ja, für anderthalb Minuten jetzt. Ach, das ist alles, was wir machen müssen? Ja, das ist alles. Das ist ja nicht schwer. Okay. Mhm. Wow. Was ist das? Ganz schön groß ist das. Okay, wie kann ich denn das Ding ausnutzen hier? Und geh? Ich glaube... Ja, ich habe... Ah, Alter. Ja, richtig. Ja, ja. Oh, ich falle. Lebst du noch? Alter, ich habe noch gar nicht zu wenig Energie. Oh, das Ding kommt zu mir. Warum kommt das Ding zu mir? Geh weg, Ding. Es lenkt mir runter. Ich bin tot. Wir müssen nur noch 50 Sekunden überleben. Ich bin tot. Wie du bist tot. Ach, schade. Ich bin tot. Ende im Gelände. Ich sehe jetzt, dass du da rumläufst. Du musst den Gegner da unten platt machen. Das ist riesig. Nein, ich laufe weg von denen. Und die anderen auch, genau. Genau, du musst sie abschießen, nicht weglaufen. Nee, 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 nee. Der Schiedi soll noch 50 Sekunden, 30 Sekunden am Leben bleiben. Ja, aber die Gegner bleiben ja. Du bleibst natürlich am Leben, aber die Gegner musst du besiegen. Genau so wie auch den Endkinder, der gerade hinter dir her fliegt. Du musst ihn platt machen. Nein. Wo läufst du denn weg? Du hast ja nicht weglaufen. Weil er mich trifft, wenn ich nicht in die andere Richtung laufe. Da ist eine Drohne. Achso, du hast noch keine 40. Was? Egal. Alles gut. Bist du sicher? Ganz toll. Ja, das ist super. Du schaffst das bestimmt. Das sieht gut aus, oder? Ja, ich weiß nicht. Wie viel Energie hast du denn? Ich bin tot. Aber ich habe jede Menge neue Rekorde. Ich habe jetzt, jetzt droppt hier manchmal ein Benzinkanister, sehe ich gerade. Okay. Okay. Ah, da unten ist mein Ping. 125. Okay. Na ja, gut. Echt? Mhm. Okay. Bei mir sagt er 45. Aber mein Fraps... Mein Fraps erzählt mir was von 90. Was? Achso. Ah, nee. Ich bin gerade bei FPS. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Jetzt bin ich auch bei 100 Millisekunden irgendwie. Jetzt bin ich bei 100 Millisekunden. Ich darf nicht reden. Oh. Wollen wir es gleich nochmal machen? Na klar. Das Level ist jetzt auch ein bisschen anders aufgebaut. Also das macht er dann jedes Mal neu irgendwie. Mhm. Richtig gut. Richtig gut. Wo sind wir denn? Ach, wir sind dann so um rechts. Cool, okay. Dann ist bestimmt der Teleporter ganz unten links oder so. Na, ist hier schon irgendwie eine Truhe oder so? Ah, da unten ist eine. Okay. Müssen wir eigentlich für alles bezahlen? Auch für Truhen? Ich habe bis jetzt noch keine Truhe aufgemacht. 25, ja. Oder beziehungsweise nur in diesem Level. Und diese Statue, an der du gerade vorbeigegangen bist, da kostet es auch Geld. Das wird dann mit jeder Aktivierung auch mehr. Ah, okay. Bis man drei oder vier Mal aktiviert hat oder so. Irgendwie so geht das. Und genau, hier die kostet 50, die der rechte Hand ist, ist die Truhe. Was ist das kleine Ding da oben? Das bist du. Warte, warte, warte. Sehr schön. Welches? Achso, du meinst, was das jetzt war? Ja. Hier hast du einen Geldmülleimer irgendwie. Ah, okay, okay. Das ist gut, dass ich den aufgemacht habe. Absolut. Voll gut, ja. Au! Yeah! Also bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Das ist mal gut. Das ist ganz witzig so im Koop. Alles klar. So, ist jetzt schon ein bisschen anders aufgebaut hier irgendwie. Da oben, guck mal, da sind 40 Dollar-Dinger. Das sind so Drohnen. Die schießen auch. Die werden aber echt teuer, wenn die Gegner die dann doch mal plätten. Okay. Aber die sind ganz hilfreich. Wow! Da geht er hin. Jellyfish. Nein, geh weg. Was sind das hier? Reaktivier das mal hier. Das kostet 20. Jetzt muss man hier so kleine Viecher... Boah, wie viele sind das denn? Da kommen jetzt Viecher runter. Du musst sie erledigen. Das hat doch vorhin schon so gut geklappt. Nein, die sind nicht klappen. Achso, ah, okay. Ich sehe sie. 6, 5, 4, Zeit, auf... Au! Beine runtergefallen. Okay. Hier ist der Teleporter. Soll ich den mal aktivieren? Nein! Doch, komm. Wir haben noch gar nichts. Muss sich ja auch mal eine Herausforderung stellen. Ich habe übrigens die beiden... Jetzt bin ich auf A gekommen. Ja, ach, das gibt es doch nicht. Weißt du, wo er gespawnt ist? Direkt neben mir! Warte, ich komme zu dir. Ich bin ganz, ganz schnell. Das ist doch wohl ein Scherz. Wo ist er denn hier? Ah, da! Jetzt bin ich auch da. Jetzt wird alles gut. Okay, ja, jetzt können wir eigentlich noch gewinnen. Ja, richtig. Oh, ich habe nur noch die Hälfte der Energie. Ein Glück, dass wir jetzt schon gestartet haben. Ich habe nicht einen Power-Up, ist mir gerade mal aufgefallen. Na, ich bin immerhin schon Level 3. Alter Schwede! Ich auch, aber auch gleich tot. Jetzt bin ich Level 3. Jetzt bin ich Level 3 erst. Ja, das war's. Ich bin tot. Warum? Weißt du, was er mir gerade gesagt hat? Remember to activate items. Danke, danke. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Ja, du könntest dir jetzt Items kaufen tatsächlich mit 56. Ja, 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 ja. Ich werde das noch rumreißen. Au! Ich habe noch 13 Energie. Ich habe noch 6 Energie. Ja, sehr gut, dass ich ihn erschossen. Puh, okay. Oh nein. Was ist denn das? Was sind denn das für Dinger? Die muss man einfach killen. Puh! Gibt es da einen Bonus? Ja, dann gibt es ein Item. Ah, okay. Zwei Items offensichtlich. Ich... Oh, tot. Ich habe mich rollen können, habe ich ganz vergessen. Das war schön. Das hat viel Spaß gemacht. Dann können wir das ja nochmal machen. Das war richtig gut. Nächste Runde. Oh, ist das fies, ey. Ja, gut, okay. Alles klar. Also ein bisschen mehr Items sammeln. Ein bisschen Gegner farmen, sozusagen. Dass wir ein bisschen da rumschießen und die plätten. Ja. Und dann alles looten, was wir finden können. Und dann machen wir den Entgegner. Genau, genau. Das ist eine gute Idee. Ach so. Ja, sorry. Ich vergesse, dass ich da zweimal drauf gucken muss. Ja, wir haben ja 15. Hat man am Anfang Geld? Ist ja interessant. 15, wa? Oh, das ist ein Ding. Stirb! Du, ich merke schon, du hast die richtige Einstellung. Das ist respektabel. Ich weiß auch gar nicht, wie man weitere Charaktere und so freischaltet. Also das ist alles aufregend. Guck mal, hier kommen gleich diese Impfs raus. Wenn wir noch einen Dollar machen, dann können wir hier uns Items holen. Okay, da ist so ein Ding. Rechte Hand ist noch so eine Mülltunnel mit Geld. Ich aktiviere das mal hier. Nein! Nein, du leifst doch nicht weg! Yeah! Du kannst einsammeln. Okay. Was bringt das denn an den Damage hierzu? Cool. Ja, cool, okay. Die kriegt man auch bei Endgegnern normalerweise. Also die sind gar nicht so schlecht. Und das ist eigentlich das perfekte Item für uns. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mehr Kohle gibt, weil wir zu zweit spielen sozusagen. Oder ob das jetzt genauso ist wie sonst und man keine Items mehr kriegt. Also dass eigentlich nur man mehr schießen kann sozusagen. Ach, geht doch mal weg, Alter. Das ist doch... Wo schießt du denn hin? Na, da auf die Dinger, die da so rumlaufen. Also hier hat es gerade so ausgesehen, wahrscheinlich durch Leck oder so, dass du auf die Wand rechts geschossen hast. Habe ich vielleicht auch gemacht. Ach so. Aber der Plan, der grundsätzliche Plan war schon, in Richtung der Gegner zu schießen. Finde ich sehr gut. Also in der Theorie weiß ich, was ich zu tun habe. Der Wille zählt. Ja, genau. Ja, es sieht gut aus. Wir haben schon 23 und ein Item schon. Also ganz picobello. Und ich bin zumindest schon Level 2. Geil, ich bin Level 3. Irgendwie verdient es ein bisschen schade, dass man hier nicht nach oben schießen kann. Das wäre noch cool. Ja, das stimmt. Oder so leicht versetzt irgendwie. Ja, besonders mit so einem Gamepad. Oh, das sind solche großen Dinger. Ja, große Dinger mache ich platt. Guck mal, du heilst dich. Das ist ja total witzig. Ich will mich auch heilen. Ja, da musst du so ein Item haben. Item bekommen. Ach so. Level up. Juhu. Oh, da ist der Teleporter. Ja, aber den machen wir jetzt noch nicht, oder? Nee, den machen wir noch nicht. Ja, das war ein bisschen sammeln hier. Jetzt wissen wir zumindest, wo er ist. Da ist ein Router. Oh, und weg ist er. Ja, sehr gut. Okay. Ich weiß noch gar nicht, wenn man... Au. Wenn man ein Level ansteigt, ob quasi die Attacke besser wird. Also, ich meine, wozu sonst steigt man im Level an? Also, kriegt man mehr Held oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ja. Also, oh. Oh, hallo. Oh, hoi. Ja, ich muss hier hoch, ganz dringend. Ich meine, dass ich zu Beginn irgendwas um 150 live hatte, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich habe gleich ein Level up. Ja, jetzt habe ich 206. Ja, stimmt. Na, der war völlig hilflos. Hier ist irgend so ein Schrein oben. Nein! Bist du es jetzt? Ähm, ja, ich bin da so irgendwie runtergefallen. Ich nehme mal diesen Schrein hier, ne? Ja, mach das mal. Der hatte einen Boxhandschuh. Knock enemy backwards. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, wo wir hier mit der, ähm, Uzi rumballern, dass du da einen Boxhandschuh bekommst. Knock back! Oh ja, hier geht gar nicht runter irgendwie. Können gar nicht weitergehen. Das ist ja praktisch. Ach, tatsächlich. Ich sehe sogar einen kleinen Boxhandschuh. Du, ähm, ich würde dir nicht empfehlen, hier hochzukommen. Ich will aber. Ja, dann komm halt. Kein Problem. Ja, richtig. Guten Tag. Hallo. Na, ha, ha. Kümmerle ich mich mal um die rechts hier. Ja, mach den mal kaputt da oben. Mein, den links. Wieso denn das? Dafür bist du doch da. Ja, aber der steht ja da, wo ich runter möchte. Rauf möchte. Oh, der ist böse. Der hat mir gerade mit einem Schlag 90 Leben abgezogen. Mein lieber Scholli. Also da würde ich mich ja irgendwo spüren. Aber er ist auch schon... Habe ich den zu dir runtergeschubst? Er ist auch schon fast tot. Ja. Das tut mir leid. Ganz toll. Das glaube ich dir nicht. Alter. Wir haben auch eine harte Attacke, ey. Puh. Ja, die sind übel. Da hat er einen Lock. Ja, cool. Lass uns nochmal diesen Schein hier aktivieren. Vielleicht ist da noch was drinne. Nee. Manchmal ist es auch so, das kostet dann Kohle und dann kommt da aber auch nichts raus. Das ist dann ein bisschen doof. Okay. Gut zu wissen. Oh, hallo. Oh. Was ist denn jetzt hier? Alter. Hallo. Nein. Was ist denn? Was ist denn? Ich habe in die falsche Richtung geschossen mit meinem Powerschuss. Powershot. Ja. Wieder zwei weg. Was? Boah, da ist irgendwas gedroppt. Oh. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Wisp. Wisp. Verdammt. Ich versuche jetzt da hochzukommen. Yeah. Nice. Yeah. Wuhu. Na komm. Wenn wir 79 haben, können wir nochmal den Schrein hier aktivieren. Oh ja. Der hat uns ja vorhin schon so gut geholfen. Also ich habe mir jetzt einen Boxeranschul da durch. Ach, auch aus dem hier? Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir es. Ich drück mal. Da ist ein Messer. Willst du das Messer nehmen? Oh ja. Ich weiß nicht, was das macht. Was macht das? Ähm, Chance to Bleed on Hit. Oh krass. Okay. Ein Dot-Effekt. Ja, und es funktioniert sogar. Ja, geil. Ja, ich sehe das auch hier. Das ist ja cool. Jetzt können wir eigentlich auch eine Stufe weiter runter gehen, weil der als Items ist verbraucht. Oh, hallo. So, den kannst du mal aktivieren, da? Was hast du? Ah, geil. Was ist das? Das ist nur nützlich. Oh, ich gehe runter hier. What the fuck? Ja, das hast du jetzt bei G drin, oder? Ah, okay. Ne, nicht bei R. Na, wow. Er hat mich aber jetzt schon. Oh, ha. Okay, ich habe jetzt tatsächlich Raketen. Ja, geil. Ja, perfekt. Schieß sie hoch. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Was? Nein, überlebe mal. Komm mal hier runter. Ne, ich bewege mich nicht mehr. TROITEST DING!